Prinz Harry plus Herzogin Meghahn, sie halten an Titeln fest, aus diesem Grund. Noch nicht einmal fünf Jahre tragen Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghahn, 41. Den Sus-Ex-Herzogentitel, denen ihnen Queen Elisabeth, 96, 2018 anlässlich ihrer Hochzeit verlieh. Seitdem ist viel geschehen, doch ihren Adelsstitel haben sie behalten. In ihrem Interview fragt Moderator Anderson Cooper, 55, Harry, warum die beiden in Amerika lebenden Royals immer noch an ihrem Titel festhalten, mit dem sie sogar noch ihre Weihnachtskarten unterschreiben. Harrys kurz angebundene Antwort und seine Erklärung für die andauernde Kritik am Königshaus erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, 60 Minutes